Hallo, hier ist wieder Steffi von der Product Innovation Lounge. Heute habe ich eine Ankündigung für euch. Unser Maya-Experte Antonis, den ihr vielleicht noch aus unseren Tutorials kennt, stellt euch am 24. Juni in einem Livestream Maya Hacks vor. Im Anschluss könnt ihr ihn Fragen stellen oder euch mit den anderen Teilnehmern austauschen. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Anmelde-Link findet ihr unter diesem Video oder auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf eure Teilnahme.